Der spirituelle Name Deva. Deva ist ein spiritueller Name für Aspiranten mit abstraktem Mantra, zum Beispiel Om, Gayatri oder Soham. Deva heißt wörtlich der Gott, Gott. Deva hat auch was mit Leuchten zu tun. Wenn du Deva heißt, dann heißt das, du willst das Göttliche durch dich leuchten lassen. Man könnte auch sagen, Deva ist auch Engel. So wie die Devas sind wie Engelswesen. Du weißt, du bist nicht wirklich von dieser Welt. Du bist in dieser Welt, um eine Mission zu tun. Du bist geschickt worden. Göttliche Kraft will durch dich leuchten. Und du willst auf dieser Welt deine Mission erfüllen. Und du willst dann wieder zur höchsten Erkenntnis kommen. Du stammst nicht von dieser Welt, du stammst vom Göttlichen. Du bist hier, um eine Aufgabe zu erfüllen, nicht hier zu versumpfen, zu versacken und festzukleben. Löse dich immer wieder. Tue das Göttliche. Tue deinen Auftrag. Dann lasse los und schwinge dich wieder auf zu den himmlischen Gefilden der höchsten Erkenntnis, zum Licht, zur Erfahrung dessen, was du wirklich bist. Eins mit der Weltenseele, reines Bewusstsein. Men 네. Die Mountain.